In Bremen sind immer mehr gefälschte Impfausweise im Umlauf. Grund dafür ist die zunehmende Anwendung der 2G- und 3G-Regeln und der Wegfall der kostenlosen Schnelltests. Allein die Bremer Polizei bearbeitet aktuell 11 Strafanzeigen wegen Vorlegens falscher Gesundheitszeugnisse. Das Ganze ist natürlich kein Kavaliersdelikt. Das ist eine Straftat, das ist eine Urkundenfälschung. Da sieht der Gesetzgeber eine Freiheitsstrafe von bis zu 5 Jahren oder eine Geldstrafe vor. Nicht nur der Verkäufer, auch der Käufer macht sich dabei strafbar, sodass das natürlich auch rigoros von der Polizei und von der Staatsanwaltschaft am Ende verfolgt wird. Auch in Niedersachsen steigt die Zahl gefälschter Impfpässe. Von Januar bis September dieses Jahres hat das Landeskriminalamt eine dreistellige Zahl an Fälschungen sichergestellt.